In dem Moment, in dem du auf die Matte trittst, darf dieses unglaubliche Gefühl von Freiheit in dir entstehen. Ab diesem Moment gibt es keine Erwartungen mehr, kein Leisten, kein Erschaffen. Es gibt nur noch dich, deinen Körper, deinen Atem, deinen Geist. Du darfst vollkommen sein, so wie du bist. Und Yoga endet nicht, wenn du die Matte verlässt. Es beginnt. Yoga ist ein Weg, den du entscheidest zu gehen. Egal wo, egal wie, egal wann. Es ist eine Reise ohne Ziel, auf der du Grenzen erfährst, neue Fähigkeiten entdeckst und dein Vertrauen vertiefst. Ein Weg, der dich Geduld lehrt, dir Stärke schenkt, dir Klarheit bringt, dich körperlich und mental wachsen lässt. Yoga gibt dir genau das, was du brauchst. Egal ob als powervolles Fitnessprogramm oder als Zeit für Ruhe und Entspannung, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Yoga steckt voller Emotionen und Gefühle, die du allein für dich oder in Gemeinschaft erleben kannst. Glücksmomente, die du auch noch lange nach deiner Yoga-Praxis ist spüren wirst.